hey leute was geht willkommen zu einem video auf einem kanal und ja sorry dass ich so lange kein video gemacht habe aber ich ja so wenn wegen der schule und so hatte ich keine zeit und ja heute will ich ein thema ansprechen und zwar den beef zwischen edis und alan der russe und ja ich hoffe es gefällt euch lasst einem hoch und abonniert mich und ja leute und zwar alan der russe ich glaube alan der russe ist neidisch auf den erfolg von edis auf youtube weil edis macht seit ein paar monaten und ist schon weit gekommen ist schon ja hat schon glaube ich finde uns was ich weiß nicht genau aber ist ziemlich weit gekommen und und ja alan der russe ist neidisch darauf und hat dann ein video gemacht wo er er dies fertig macht so gesagt und ja ich finde ich persönlich gönne es gönne ihm dass er so weit gekommen ist dem edis und ja ich finde alan der russe ich finde das ich finde das nicht nicht cool wenn man sowas macht weil ich persönlich bin nicht so ich ich gönne jedem jede wirklich jeden der erfolg hat und ja ich wollte es nur mal ansprechen und ja